so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von minecraft ja vor der aufnahmepause war bin ich stehen geblieben hier bei dieser schönen hütte zu bauen und ich sollte eigentlich mittlerweile mal zustande bekommen haben dass ich hier nein quatsch ich mache schon wieder die falsche sachen fichten britter brauche ich um genau da ist es das brauche ich um diese hebel zu diese stöcher zu machen denn damit kann ich endlich 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 meine waffen herstellen endlich 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 so und daraus machen war was machen wir daraus ich kann ja momentan nur mit holz arbeiten auf jeden fall brauche ich erst mal eine so die mache ich mir schnell macht vorsicht selber glaube ich dann auch gleich zwei äxte ja genau so ich habe ein bisschen die playlist bearbeitet und hoffe dass es funktioniert dass auch die lieder die ich eingestellt habe kommen so dann mache ich auch mal schnell eine schaufel so jawollo so sieht es schon mal ganz gut aus als nächstes brauche ich unbedingt fackeln ich habe noch keine ahnung wie ich die fackeln mache oder wie ich die fackeln machen soll nein du kommst da hin und auch eine holzachse kommt man da hin so so dann haben wir hier noch eine sichel oder eine sense oder wie man das auch nennen will so was kann ich denn noch machen ein schwert wäre glaube ich nicht schlecht aber wie mache ich denn ein schwert wie macht sich denn jetzt noch mal ein schwert ach so ich glaube ich weiß schon nicht das schwert machen ja da ist mein schwert mal gleich mal zwei schwerter dann hätten wir es auch erst mal mit den waffen dann kann ich nämlich den friedlich modus ausstellen aber zuerst mache ich noch einmal ganz viel holz ganz viel holz weil ich nochmal ganz viel bauen werden muss so jetzt haben wir noch fichtenholzbutter die sollten dann glaube ich auch ein bisschen noch reichen noch mehr fichtenholzbutter schade ich dachte das funktioniert aber es wird anscheinend nicht funktionieren gut wie kraftig eigentlich noch mal eine jetzt haben wir eine falltür jetzt haben wir fichtenholzstufen genau ja okay dann soll es das dann auch erst mal gewesen sein und ich habe eine axt auch sehr schön entschuldigung gut was habe ich hier gemacht ach so stimmt gut dann baue ich hier erstmal ein bisschen ich muss noch einmal noch was nach oben bauen weil ich habe irgendwie auch nicht alle Slots belegt Fichten Erde ne doch Erde lass erstmal drin aber ich mache die ganzen meine ganzen Werkzeuge Tools und Waffen lege ich mal auf den Slot genau so ich brauche Holz da haben wir es ich muss nämlich nochmal eine Etage oben drüber bauen na na baust du baust du du baust vielen Dank baust du 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 da zack 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 und dann können wir eigentlich auch schon gleich das war so nicht geplant so jetzt kann ich endlich endlich meine dicke bauen und ich wollte mit dem fußboden aus und wenn ich dann kohle habe würde ich dann auch ganz gerne endlich mal ein paar fackeln das immer so arsch düster ist ja tschüss himmel der gar nicht so toll ist der himmel weil ich die sichtweite leider nicht auf ganz hoch stellen kann weil es dann jedoch ziemlich zickt es tut mir leid so damals zurück zurück sollte ich oben ein fenster lassen sozusagen ich glaube ich lasse eben vielleicht ein fenster oder mache dann vielleicht irgendwann mal eine glas tür zum glasdach sein das wäre geil aber um glas zu machen brauche ich erst mal sand oder sand stein und dann brauche ich erst noch mal einen brennofen den kann ich aber erst machen wenn ich eisen habe ja 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 ist schon nicht leicht alles aber jetzt haben wir erst mal eine ich hätte beinahe gesagt schöne hütte aber so schön ist die hütte ja dann eigentlich auch nicht aber sie reicht erst mal um ein bisschen die ganzen creeper und sowas vom hals zu halten ein bisschen arg dunkel hier drinnen ich mache da noch mal ein fenster raus so holz schaufel schwert nein holz spitzacke nein holz axt ja so 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 ich glaube ich mache ich hier noch mal ein fenster hin damit wenigstens bisschen nicht reinkommt so ja jetzt bräuchten wir natürlich fackeln die fackeln haben die allerdings noch nicht wie sieht das aus eigentlich von außen hier aus aus ja so wie halt eine holzhütte aussieht nicht wirklich tja also tine wittler würde hier ein schreikampf zumal noch nichts da ist kann ich eigentlich schon bett machen aber ich glaube bett kann ich noch nicht machen wie sieht man ich glaube bett kann ich noch nicht machen wie macht man überhaupt ein bett warte mal so nicht okay keine ahnung ich bekomme es aber noch aus das wäre doch gelacht wenn ich das nicht rausbekommen würde so auf jeden fall kann ich jetzt modus auf jeden fall erst mal auf normal stellen damit wir auch unsere ersten creeper und sowas sehen nicht deswegen bewaffne ich mich mal mit dem spät 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 da so und ach schön schön man könnte eigentlich wo ich das ja schon mal sehe hier eine treppe hinbauen es schneit so wenn ich genug in die schnee und echten leben gehabt hätten jetzt die letzten tage man könnte eigentlich so mit treppen ich habe mir gedacht da kommen schon die ersten fächer ich weiß jetzt gar nicht wie ich hier die treppe anfangen soll moment moment ich nehme die schaufel kurz dafür das ist besser wird und wir haben und wir haben so wir haben unser erstes stein ja wir haben unser ersten pflasterstein ja sehr schön weiß aber 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 okay es wird schon wieder nacht und ich habe die befürchtung dass gleich unsere ersten creeper kommen könnten so wollte ich mich jetzt ganz gern nein was mache ich denn ich wollte eigentlich muss man das meine tür okay okay gut meine schaufel der holz schaufeln leben halt nicht so lange wie andere schaufeln deswegen will ich auch nicht so schnell wie möglich meine erste schaufel haben sieht man schon irgendwas kommt uns dort hier jetzt schon her ich weiß es gar nicht kann das sein ich glaube die monster kommen noch nicht hierher aber man weiß ja nie ne man weiß nie so hier wollte ich die genau ich weiß nicht warum ich hier jetzt alles weg mache wenn ich hier die genau so ne so ja so so ist doch schön bis jetzt ist alles verdächtig ruhig wo oder auch nicht na wo bist du bist du bist du bist du denn hallo hallo ich höre ich höre ich höre bin ich bescheuert das geile ist bin ich bescheuert seht ihr ihn oder sie oder sie ihr seht ihr seht ihr irgendwo das müsste ein zombie sein ich sehe ihn nicht ich höre ihn aber und das ist gerade extrem unheimlich und noch unheimlicher ist dass ich hier nicht in mein hause ankomme hoppala ich habe ein schwert ist zwar nur ein holzschwert aber egal ich habe ein schwert ich kann dich damit auch erledigen ich höre die sounds aber ich weiß nicht genau sie herkommen also das war schon unsere erste unheimliche begegnung und ich glaube ich muss das hier mit der treppe vorerst mal sein damit ich da ich habe nämlich jetzt gerade noch kein zugang zu meinem haus gehabt mich doch ein macht hier zu hallo hallo ich würde hier das ich würde den zombie jetzt gerne mal sehen aber erzeugt sich nicht es ist wahrscheinlich so ein unsichtbarer zombie oder so ein scheuer ich höre ihn rumlaufen und höre ihn aber ich sehe ihn nicht da da ist er zum die line alter brennst du oder was die von meinem haus weg alter dass ich glaube es hat ich glaube meine pupille hat alter ich glaube als ich glaube du hast zu viel an einer murmel gespielt ja natürlich jetzt kommen sie alle auf einmal oder was ja schön was ich habe nichts mehr das muss mein haus wo ist mein haus ich fühle mich so nackt was was geht alter was geht sonst doch alles fresh bei euch oder was wo ist das denn ohne truhe wo kommt das denn auf einmal her okay ich fühle mich so nackt und ohne schutz das mag ich nicht hallo schwarze wolle toll alter alle meine items sind weg ist mein haus wenigstens noch da wenn ich es finde alter ich habe keinen bock umsonst gebaut zu haben ohne scheiß hätte man mir das nicht mal vorher sagen können wo habe ich mein haus eigentlich hingebaut ich weiß es nicht mehr ich weiß es nicht mehr desto auch es auch auch Untertitelung des ZDF, 2020